Musik 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 Jo, liek uns für ein neun Video mit Shadow Night here dabei und heute zocken wir Battle-Ehm, wohl bauen und halt Fortnite ne? Ja Ich hoffe wir nehmen Ja So Ich denk mich, ich will hier rein Komm mal her, hier gibt's einen Muni Wie duck ich mich denn nochmal? Ey, ich bin Ich hab nur Controller Ich muss, warte, ich muss dir kurz überlegen War das denn? Da, egal, egal Ich pass kaputt Da draußen ist ein Gegner Ja Hier ist nochmal Muni Wo? So siehst ja, wo die Küsten sind Hier draußen, wo ich bin Hier Da ist der Zug, das einsteigen Lass den Zug gehen Ich hab' ein Schild Ich hab' ein Schild Die meisten Waffen Die meisten Waffen Keine Ahnung, weiß ich nicht Ich habe dich Und IELSCHROBEN Jaa, geil mit Visier Ich habe lange kein Fortnite gespielt. Achso. Ja, ich war auch nicht da. Ich habe eher so Angst. Wir müssen langsam raus, zwei Wegen und eine Sturm. Achso. 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 Ich werde Monte. Auf Stein. Kommt. Ja. Ich lasse eine weg. Uh da oben, da. Ich hab mit dem, hab geklatscht Hat der es für's dir? Nein Scheiße, scheiße, scheiße Geil, das mit Visier zu kämpfen ist übelst besser Kacklo Ratsch, Ratsch Trigger, ja, ist der geklatscht, super Gut Hat das Visier, weil ich brauche unbedingt eins mit Visier Oh, scheiße, sind da noch welche? Nein Okay, gut, haben wir besiegt, super Ich hab ein Kill, nein Ich hab ein Kill, nein Ich hab ein Kill, das kann mir gehen Ich hab ein Kill, das kann mir gehen Ich suche mit Visier Ich hab ein Kill, nein Ich hab ein Kill, nein Ich hab ein Kill, nein Ja Ich bin hin, kommst du? Ja Ja Wir suchen nur irgendwie nach ähnlichem Sturmgewehr Das ist so schwer zu finden Ja komm, hier mal, ich geh jetzt mal Ich geh mal rüber Ich hör was Ich hör was Da ist ein Gegner Glaub ich Oh, scheiße Geil Heilung Zweiter Kill Scheiße Zweiter Kill Von mir Ja geil, das Visier ist besser Krone, Krone, Krone Okay Heilung Ab, abgenommen Ich hab, ich hab drei Stücke, also wenn du das brauchst, sag Bescheid Mhm Ich brauch nichts Okay, komm, wir gehen Ah, Digga, in die Zone, komm, komm, in die Richtung Oh mein Gott Hast du auch eine mit Visier? Keine Ahnung, weiß ich was Sturmgewehr Geh mal zu zielen Das wird automatisch angezeigt Sturmgewehr? Nee, glaub Nee, hab ich glaub ich nicht Doch, weiß ich nicht Ist mir auch irgendwie egal Ich hab keine Ahnung Mhm Wieso, ich hör's grad gar nicht Ich hab' mich schütt' das nicht Zauber, ja Okay Da kommt jemand, ich hör' jemanden Das war nicht, weil ich den Gang gegeben hab' So Okay Hast du, warst du noch in der Season gewesen, wo es rund Rotpunkte, wer hier in Game drin war? Ich weiß gar nicht mehr Ich weiß gar nicht mehr Keine Ahnung Weil das ist verdammt OP gewesen Okay Aber leider gibt's nicht mehr die Hammer Ja Ja, ich weiß gar nicht mehr Geil Nein Mann, ich wollte den haben Okay, hier, nimm Achso, danke Nein Nimm doch Ja Ja Ja, das geht hier nicht Warte Ich kann's nicht nehmen Hm Ah, jetzt Warte, jetzt Hopp, hopp, danke Bitte Hm, warte mal in die Richtung Gehen wir Hui Schau hier in die Richtung Da Das Gegner Gegner sind in unsere Richtung Ich geh in die Richtung Seas in die Richtung So Aufkora zu Yu-Gi-O Also Masterdweil also das game habe ich und da habe ich einen recht guten deck was gegen außer für doppelten da ist eine moni ich habe ich habe mit vizier ich sehe die gegner kaum mpc beschützt nein leute zweite runde drei runden drei runden drei runden drei runden drei runden drei runden oder einfach mit dem john wick katana drei runden drei runden drei runden drei runden drei runden implementation drei runden drei runden drei runden Du hast mir dann mit dem Fortnite zu Fortnite Das nu Schatz Mach, egal Hier ist nichts Ich höre eine Kiste, ja Ach, hier ist eine Kiste? Hab die gehört gerade Ich habe vielleicht Ich Ich habe vielleicht nur die Waffe Ich glaube es bringt auch was Geiler, sie Hier ist doch alt Toll Geschenk Ich spinne sich Entstehst du Spaß? Ja Ja Okay Ich habe gesagt, du bist was in meiner Nähe Komm wir gehen in die Richtung, kommst du mit? Ja Gehen wir in die Richtung Ich muss mal was trinken, warte mal Ich fuhre mal mit trinken, genau Ach, da geht's weiter Ich komm So Ich komm Ich komm Wir warten bis es zukommt, oder was? Wir warten bis es zukommt Aber wenn das wenn die welle da kommt ich guck wo das lang läuft ich gehe in die richtung ich gucke nur was für eine waffe ich trage in die karre auf ich habe noch eine kiste gefunden noch das ist das gut ist Schild von der Pistole ich habe schon Greifhaken der Greifklänge was machst du nun? sorry du bist ja kein Gegner ne? ja wenn man vom Gegner spricht wo ich gerade sage wie er spricht kommt der auf einmal gerade sprühen vom Gegner nicht wo ist der? hinter uns war er gewesen und hat auf uns geschossen Schild? hat er geschossen? nein ich habe aber hier Schild gefunden oh sorry hast du geschossen? nein wo kam das her? wo war ich das zu sehen? nicht du warst jetzt da ist der Gegner da ist der Gegner au wo kommt der her Junge ich sehe ihn nicht na ah er ist da er ist da oben er ist da oben schau in die Karre ich war nach oben schau rein schau rein au au scheiße 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 ich habe gar fast gar kein Leben mehr tschau au au egal fast drauf Chaos Schraub egal alter Booster ja scheiße super alter super scheiße bei mir ist es bei mir ist das schlimme wenn ich ich brauche richtigen Loot und nicht hier mit ohne wie es dir bin scheiße an der an der stelle ich sagen das war es mit dem Video ne oder ja ja und ich habe euch ja das hier gefallen dann willst du noch was sagen ja ok gut dann bis zum nächsten Mal und tschau